Tanzlehrer buchen in Frankenthal. Hier in diesem Video geht es darum, dass du deinen eigenen Tanzlehrer bekommst im Umkreis Frankenthal und durch diesen Tanzlehrer tanzen lernst. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es immer wieder und ich sage es gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch glücklich zu machen und dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Tanzziele erreichen. Hier geht es also darum, ich möchte dich tänzerisch nach vorne bringen und dein Tanzlehrer werden, dein Privat-Tanzlehrer. Wenn du dir vorstellen kannst, über Tanzprivatstunden in deinem Eigenheim, bei dir zu Hause, bei dir daheim oder an einem anderen Wunschort über einen ADTV IHK World Dance Council Gütesiegel ausgebildeten Privat-Tanzlehrer über diesen Tanzlehrer Privatstunden zu beziehen, also über mich. Wenn das für dich interessant ist, dann der große starke Vorschlag an dich. Lass uns telefonieren. Hierfür die Nummer 0176 840 44 661. Die Nummer für deinen Tanzerfolg, wenn es darum geht, daheim bei dir zu Hause oder an einem anderen Wunschort tanzen zu lernen vom Fachmann. Ich möchte mit dir in Kontakt kommen. Lass uns loslegen. 0176 840 44 661.